1 Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute ein kleines Alpha Pack Opening. Ihr seht, ich habe 90.000 angespart mit einem 7 Tage Boost. Wir kaufen jetzt erstmal direkt Reihe weg. Wie geht? Eigentlich war 200.000 angestrebt, aber das hat dann nicht so ganz gut funktioniert. Aber heute ist da mit dabei der liebe I Have Your Ex GF von dem letzten Video. Ich weiß gerade nicht, wie es ein momentaner YouTube-Kanal heißt. Kannst du mir was sagen? Vielleicht hört man dich, weil vielleicht hört man ihn auch nicht, weil PS5 Partychat und so. Ja, ich heiße genauso wie auf PS5. Er heißt genauso wie auf PS5, okay. Vielleicht hat man es ja gehört, vielleicht auch nicht. Wir werden es hinterher ausfinden. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen um Ecken reden, deshalb erklärt mich nicht für mich total behindert. Ähm, 15.000 haben wir noch. 15 Packs. 17 kann ich mir holen. Los jetzt, mach doch du Hurensohn. Das leckt. Man. 5000. Fester Pack, wir haben jetzt 18 Packs zur Verfügung. Al Hammett. Ähm, muss ich sagen, wir gehen rein. Erstes Pack. Lila. das erste pack ist lila eine ambulanz der tarnung für jackals pdw eine gelbe also arzt mäßig ja sieht eigentlich ganz schnieker aus muss ich sagen ich habe die waffen noch keine fünf vier getarnung da werde ich die mal direkt drauf hauen würde ich mal sagen schick also jetzt natürlich nicht mit sehen kannst als nächstes weiß dann guckt ja das video an die ist es auch noch mal so das nächste pack weiß die wieder lila ach mann für glässen und headgear mein leben das weiß das nächste direkt weiter wieder weiß leute 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 ich versuche die spannung zu halten deshalb rede ich nicht so vier leute zwei lila nur noch blau okay das heißt schon kann sich schon mal sehen lassen sonne des südwestens talisman mann wir haben wir noch wir haben noch elf packs aber da muss was dickes noch mit drin sein weiß perfektes elfte pack ist weiß danke glücksvogel talisman leckt mich am arsch alter 90k bis jetzt vernünscht wieder weiß alter ich raste gleich aus rumpf spaß die spaßtarnung gewöhnlich danke vernünscht wieder weiß ich rasteizkarnung grün für jacky gehen wir mal raus gehen wieder rein acht packs noch wieder weiß alter Wenigstens ein Duplikat, Digga Lila Lila, Lila, Lila Spanischer Kaffee Decke die Pizzola Ja, ist fast wie Leder, ne? Tarnung, Leder Ja, trotzdem schicke Tarnung Aber hätte mir mehr gewünscht Wieder weiß Leute, was ist das? Blau Na gut, das kann sich nochmal sehen lassen Ooooooh Alter, Henna Lack Die sieht ja mal mega Baba aus Die ist für die Nomad AKM 74 Nomad habe ich leider nicht Aber die Tarnung würde dir auch gefallen Wenn du das Video anguckst, Digga Tarnung würde dir auch gefallen Ein Safe Call Wir haben Das nächste Pack Blau Kolben FP5K Brauche ich nicht, weil wir die Für die Waffe habe ich Black Eyes Also Wird die eh nicht benutzt Noch zwei Packs Ooooooh Gönne nochmal Böse Ach man Fils Hä, die hatte ich doch schon Ach ne, aber das war viel ZLMG Wir gehen jetzt nicht ins letzte Pack Leute Bitte lass die 90.000 nicht umsonst gewesen sein Die 90.000 waren für umsonst Die 90.000 waren für umsonst Das Pack-Ovening hätte ich mir nicht sparen können Lulia Nein, Spaß Leute Ich habe natürlich 1, 2, 3 schöne Sachen gezogen Hätten mir natürlich mehr gewünscht Tatsächlich eine Tarnung war dabei Die hätte vielleicht meinem Kollegen Ähm Vielleicht gefallen können Aber naja Wir haben eine schöne Tarnung für die PDW Von Jacky Da kann man doch auch zufrieden mit sein würde ich sagen Und in diesem Sinne Wir sehen uns beim nächsten Video Wiederschauen Und reingehauen Und reingehauen Wolltest du was sagen noch? Ne Man hört dich eh nicht Hahaha